Und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Geschwister. Wisst ihr, Leute, es scheint, dass einige Leute sehr verwirrt sind und dass ihre Bibel nicht lesen. Es gibt tatsächlich einige da draußen, die denken oder sogar glauben, dass wir uns in der Trübsal befinden. Ich bete für ihr Frieden. Die Dinge, die heute auf der Welt um uns herum passieren, sind wie ein Kindergarten im Vergleich zu denen, was während der Trübsal auf dieser Erde passieren wird. In unserem heutigen Video werden wir sehen, was die Trübsal ist, für wen sie gedacht ist und warum wir, die Kirche Leib Christi, nicht dabei sein werden. Wenn wir uns auf den Tag des Herrn und einige Prophezeiungen aus das Alte Testament in der Bibel beziehen, können wir klar erkennen, was die Trübsal ist, welchen Zweck sie hat, für wen die Trübsal ist, und was passieren wird. Die Trübsal wird in der Bibel auch Jakobs Drangsal, Daniel, 70. Jahrwoche oder der Tag des Herrn genannt. In diesem Video werden wir uns die Bibelstellen ansehen, die sich auf diese Zeit beziehen und in Jeremia, Matthäus, Zachariah, Daniel unter anderem zu finden sind. Der Ausdruck, die Zeit der Drangsal Jakobs, stammt aus Jeremia, 30, 7. Jakobs Drangsal entspricht der siebenjährigen Trübsal der Enzelt. So, Jeremia, 30, 7. Wie er, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich. Und eine Zeit der was? Der Drangsal für wen? Für Jakob. Aber er wird aus ihr errettet werden. Umso verstehen, wer Jakob ist, müssen wir zum Buch Genesis zurückkehren. 1. Mose 32, 27 durch 29, hier rang Jakob mit Gott. Hier erhielt Jakob seinen neuen Namen. So, 1. Mose 32, hier ringt Jakob mit Gott. Und er bekommt seinen neuen Namen. Wir gehen nicht durch den ganzen Kontext, wir gehen runter so die Stelle. 27 und 29. Aha. Okay. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenrot bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern was? Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Okay, nachdem wir identifiziert haben, wer Jakob in der Bibel ist, kehren wir zu Jeremia zurück, um herauszufinden, was Jakobs Drangsal ist. Im Kontext von Jeremia 30 spricht der Herr zu Jeremia, den Propheten über Judah und Israel, wie wir sehen in Jeremia 30, 3 durch 4. Okay, Jeremia 30 wieder, Vers 3. Denn siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volkes Israel und Judah wenden werde, spricht der Herr. Und ich werde sie wieder in das Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe, und sie werden es wieder in Besitz nehmen. Okay, das ist schon passiert. Israel wurde 1948 wieder ihr Land zurückgegeben. Okay, weiter. Das aber sind die Worte, die der Herr zu Israel und Judah gesprochen hat. Wie wir sahen in Vers 3, verspricht der Herr, dass er eines Tages sowohl Judah als auch Israel in das Land zurückbringen wird, das er ihren Vorvätern versprochen hat. Doch ihr Rückkehr wird mit vielen Kümmern verbunden sein. Wie schrecklich wird dieser Tag sein? Jeremia 30, 7. Eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, also Israel. So, weiter mit 5. So spricht der Herr, wir haben ein Schreckengeschrei vernommen, das ist Furcht und keine Friede. Fragt doch und seht, ob auch ein Mann gebärt. Warum sehe ich denn, dass alle Männer ihre Hände auf die Hüften haben wie ein Gebärende und dass andere Angesichter bleich geworden sind? Und hier sind unser Vers. Wer denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich und eine Zeit der Drangsal ist für Jakob, aber er wird aus ihr errettet werden. Wie wir gesehen haben, Vers 5 beschreibt Jakobs Not als eine Zeit großer Angst und zitternd. Vers 6 beschreibt es anhand der Schmerzen einer Geburt und darauf kommen wir zurück und weist auf eine Zeit der Qual hin. Aber es gibt Hoffnung für das Volk Israel, denn der Herr verspricht, dass er sie retten wird. Jeremia 30, 11a. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Auch wenn dies die Zeit der Drangsal ist, und obwohl es heißt, wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, Jeremia 30, 7, wird Gott sein Volk befreien. In Jeremia 30, 7 heißt es, wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich. Die einzige Zeitraum, der auf diese Beschreibung passt, ist die Endzeit-Trübsal. Wir sehen, dass der Prophet das Wort Tag verwendet, um Jakobs Drangsal zu beschreiben. Dies muss der Tag des Herrn sein. Wie Jeremia beschrieb Jesus in seinen Ölberg-Diskurs, Denn dann wird ein großer Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keiner gewesen ist, und keiner mehr kommen wird. Der Herr verwendet auch einige der gleichen Wortarten wie Jeremia und nutzte die Typologie, um Geburtswehen zu beschreiben, wie in Matthäus 24, 8, sagte er, Dies alles ist der Anfang der Wehen. In Matthäus 24, 6, 8, sagte er, Diese Geburtswehen werden in Kapiteln 6 durch 12 der Offenbarung ausführlich beschrieben. Okay, wir sind in Offenbarung 6, machen wir einen Schnelldurchgang, okay? Und ich sah, wie das Lamm, Jesus, eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit einem Donnerstimmer sagen, Komm und sehe. Und ich sah und sehe ein weißes Pferd. Und der, eine Person, der aufsahs, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er so aus als Sieger, um zu siegen. Er hat nur einen Bogen, keine Pfeile, also er kommt zu täuschen. Das ist der Antichrist. Okay, zweiter Siegel. Und als das zweite Siegel geöffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, Komm und sehe. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war Feuerrot. Und den, der darauf saß, ihnen wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es würde ihm ein großes Schwert gegeben. Der rote Pferd ist Krieg. Okay, dritte Sieger. Und als es den dritten Sieger öffnet, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, Komm und sehe. Und ich sah und sehe ein schwarzes Pferd. Und der, der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Das bedeutet Hungersnot, Inflation, der durch das erste, das zweiten Pferd passieren wird. Durch den Krieg wird natürlich Armut, Hungersnot und Inflation sein. Und ich hörte eine Stimme inmitten des vier lebendigen Wesen, die sprach, Ein Maß Weizen für einen Dehner und drei Gerzen für einen Dehner. Doch das Öl und den Wein schädigt nicht. So. Und der vierte Sieger öffnete, hörte ich in der Stimme des vierter lebendigen Wesens sagen, Komm und sehe. Und ich sah und sehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihnen nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu was zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest durch die wilden Tiere die Erde. Das vierte Pferd tötet ein Viertel der Weltbevölkerung. Wir reden hier von über zwei Billionen Personen. Das hört sich nicht an wie normal. Okay, weiter. Der fünfte Sieger sind die Märtyrer. Wegen ihres Zeugnisses. Das sind die Trübsal. Hier Heiligen. Und sie rief mit lauter Stimme und sprach, Wie lange, oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst du nicht unsere Blut an denen, die auf der Erde wohnen. So. Und die wurden weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet waren. Die auch, wie sie getötet werden sollten. So, viele werden getötet, während der Trübsal für ihre Zeugnis von Jesus Christus. Und hier ist der sechste Siegel. Und hier ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein herrender Sack und der Mund wurde wie Blut. Dies ist nicht ein Sonnenfinsternis. Das wird ein riesiges Zeichen sein von Gott, was hier beschrieben wird. Der Mund wird wirklich wie Blut. Sonnenfinsternisse gab es schon immer, seit der Welt begann. Und guck mal, die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, seine unreife Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttet wird und der Himmel entwegt wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden von jedem Ort weggerückt durch diese Erdbeben. Und die Könige der Erde und der Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Kluften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fällt auf uns und verbergt uns von dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Das ist Jesus, der der sechs Siegel bricht. Und von den was? Von den Zorn des Lammes. Wir sehen, die Trübsal beginnt bei das Brechen der ersten Siegel. Denn der große Tag des Was, seines Sorns ist gekommen und wer kann bestehen? Der Trübsal beginnt mit der Öffnung der sieben Siegel. Ein Zweck der Trübsal, das zeigt der Drangsaal Jakobs oder der Tag des Herrn, besteht darin, Israel zum Herrn zurückzubringen. Iremia 30, 22, Hosea 6, 1 und 2 und Zachariah 12, 10. Iremia 30, 22 Und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und wenn wird das passieren, steht ganz unten. Die Sornglut des Herrn wird nicht nachlassen, bis er die Gedanken seines Herzes ausgeführt und zustande gebracht hat. Am Ende der Tage, am Ende der Tage wird das passieren, werdet ihr es verstehen. Und natürlich spricht er mit Jakob, also Israel. Hosea 6, 1 und 2 Kommt! Wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So, Zachariah 12, 10. Hier wird das Volk von Jerusalem und das Haus David endlich kapieren, wen sie durchstoßen haben, nämlich ihren Messias. Und sie werden trauern. Na, okay. Ja, 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von wo? Jerusalem, will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstoßen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt über den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Auch Paulus beschrieb der Trübsal mit dem Gleichnis der Geburtsfäden. 1. Thessalonicher 5, 3. Okay, 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Nehmen wir den Kontext, wie immer. Vor den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja ganz genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Vers 3. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, und dass Israel von hier gesprochen wird, dann wird sie, Israel, das Verderben plötzlich überfallen wie was? Wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, das euch den Tag wie ein Dieb überfahren könnte. Ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Okay. Die Trübsal ist immer noch ein zukünftiger Zeitraum, in dem der Herr mindestens zwei Aspekte seines Plans verwirklichen wird. Erstens, er wird seine Disziplinierung der Nation Israel abschließen. Daniel 9, 24. Okay, wir sind jetzt in Daniel 9 und das ist die 70-Jahr-Wochen-Prophezeiung, der Daniel hier während seinem Gebet erhielt von, Vers 21, von Gabriel. Gabriel wurde gesandt zu Daniel, um ihm zu erklären, was passieren muss, um diese Prophezeiung zu erfüllen. Vers 24. Über dein Volk, wer ist Daniels Volk? Israel. Und der heilige Stadt und über dein heilige Stadt, das ist Jerusalem. So, über dein Volk und über dein heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um den Misstaten zu söhnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht, um Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So, wir fahren runter zu Vers 27. Hier ist der Trübsal, also die letzte Woche, Daniels 70. Woche. Und er, wer ist er? Der Antichrist, wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Diese eine Woche ist Daniels 70. Woche, der Trübsal. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtungsspeiseopfer aufhören lassen und neben den Flügeln werden graule Verwüstungen aufgestellt. Also das ist der, wovon Matthäus spricht in Jesus seiner Ehr hier Oliven-Diskurs. Und zwar, bis die feste beschlossene Vernichtung sich über die Verwüste ergießt. Also bis Satan besiegt wird am Ende natürlich. Und zweitens, er wird die ungläubigen gottlosen Bewohner der Erde richten, wie steht in Kapiteln 6 durch 18 in die Offenbarung. Die Dauer der Trübsal beträgt sieben Jahre, wie wir gesehen haben. Die Trübsal bezieht sich auf der gesamten Zeitraum von sieben Jahren, während sich die große Trübsal auf die zweite Hälfte der Trübsal bezieht. Es ist Christus selbst, der in Bezug auf der letzte Hälfte der Trübsal den Ausdruck großer Drangsal verwendete in seinen Ölberg-Diskurs Matthäus 24, 21, sagte Jesus. Okay, wir sind in Jesus seiner Ölberg-Diskurs bei Matthäus 24. Wir nehmen Kontext jetzt, okay? So, Vers 15. Wenn ihr nun den grauen Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heilige Städte stehen seht, wer es liest, der achtet darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer im Judäa ist, wer auf dem Dach ist, der steigt nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehrt nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wir aber, den Schwangeren und den Stillenden in jeden Tagen, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Natürlich gilt das Gesetz für die Juden wieder in die Tribseine. Dann, dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um den außerwählten Willen soll jene Tag verkürzt werden. Und diese Verkürzung haben wir gesehen in Hosea, glaube ich, war das. Und die Außerwählten sind natürlich die Juden, die das überleben. Die Offenbarung bietet uns die meiste Information über die große Tribseil, aber die Öffnung der Siegel in Offenbarung 6 ist nur der Anfang. Von der Offenbarung des Tieres in Offenbarung 13 bis zur Rückkehr Christi in Offenbarung 19 erhalten wir ein Bild von Gottes Sorn auf der Erde aufgrund von Unglauben und Rebellion. Es ist auch ein Bild davon, wie Gott sein Volk Israel züchtigt und gleichzeitig beschützt. Offenbarung 8 zu Offenbarung 14 Hier steht die Eigenschaften von die 140.000 Offenbarung 14 Als nächstes und den und den und den und den Ältesten sangen sie ein neues Lied. Aber nur die 144.000, die das Lamm durch sein Opfer von der Erde losgekauft hat, können dieses Lied singen. Sie sind ihrem Herrn treu geblieben und haben sich nicht durch Götzendienst verunreinigt. Sie sind rein und folgen dem Lamm überall hin. Von allen Menschen sind sie es, die frei gekauft und ausgewählt wurden, Gott und dem Lamm allein zu gehören. Keine Lüge und kein betrügerisches Wort kommen aus ihrem Mund. Sie sind ohne Tadel und niemand kann ihnen etwas vorwerfen. Der Antichrist wird in der Trübsal den Bund brechen, den er geschlossen hat, was steht in Daniel 9,27, in den er Opfer und Speiseopfer einstellt, was sich auf seine Handlung in einer wiederaufgebauten Tempel der Zukunft bezieht. Israel hat bereits Pläne für diesen Tempel und wartet jeden Moment auf die Ankunft seines Messias, also die Antichrist. Ich schaue mir einige jüdische Kanäle auf YouTube an, um zu sehen, wie sie vorankommen. Ich danke den Menschenzungen gegeben hat, das erweitert meine Informationsquelle, meine Muttersprache ist Englisch und ich lerne mit der King James Version von der Bibel, das perfekte, bewahrte Wort Gottes. Wer sind also die Heiligen in der Trübsal? Die Heiligen in der Trübsal sind ganz einfach Gläubige, die während der Trübsal leben. Sie ignorierten das Evangelium während des Zeitalters der Gnade oder der Kirchen Zeitalters und haben jetzt erkannt, dass es wahr ist, aber jetzt befinden sie sich in der Trübsal. Sie müssen die Entrückung bemerkt haben, erkannt haben, dass wir Recht hatten und jetzt daran glauben. Es ist ihre das zweite Chance gerettet zu werden, aber es konnte heißen, dass es jetzt sie das Leben kostet. Dispensationale Prä-Millennialisten glauben, dass die Kirche vor der Trübsal entrückt wird und die Bibel weist darauf hin, dass es eine große Anzahl von Menschen während der Trübsal ihren Glauben an Jesus Christus bekennen wird. In seiner Version von Himmel sieht Johannes eine große Anzahl dieser Heiligen Offenbarung 6 11 und Offenbarung 7 9 Offenbarung 6 11 Und jenen von ihnen wurde weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet waren, die auch wie sie getötet werden sollten. Und das hier ist der fünfte Siegel. Fünfte Siegel ist Kontext hier. Okay? So, Offenbarung 7, ein Kapitel weiter, Vers 9 Nach diesen sah ich und siehe eine große Schar, die niemanden zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völker und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, Bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Diese Leute, das sind diejenigen, auf denen die anderen gewartet haben in Offenbarung 6 bei der fünften Siege, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihr Brüder vollendet werden, die getötet werden sollen. Würde Jesus zulassen, dass seine Braut, sein geliebte Kirche, der Märtyrer Tod erleidet? Denk darüber nach. Würdest du deinen Verlobten töten, bevor du ihn, sie heiratest? Ich glaube nicht. Würde Jesus, seine Braut, sein geliebte Kirche, einen anderen bösen Mann, den Antichristen geben und zulassen, dass sie verfolgt wird und dreieinhalb Jahre bei ihm lebt und das vor der Hochzeit, ich bitte euch. Glaubt ihr nicht, dass die Liebe, die Jesus vor uns, seine Kirche, sein Leib hat, über unser Verständnis von Liebe weit hinaus geht? Hat er nicht in seinen Briefen an die Kirchen versprochen, dass er uns vor der Stunde der Prüfung bewahren wird? Offenbarung 2 und 3, Offenbarung 13, weil du das auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf die Erde wohnen. Wer sind die? Die Zurückgelassenen, die Gottlosen, die werden versucht, nicht seine Kirche. Wir wurden bereits gesucht, wir sind in das Zeitalter der Gnade. Die Sünde ist bezahlt. Gott wird sein Urteil über eine böse Welt fallen und diese siebenjährige Trübsal ist aus der Sicht Israels die Zeit von Jakobs Drangsal. Ich glaube nicht, dass unser Herr Nelöser ein Psychopath ist und dass er niemals etwas tun würde, was seine Braut, seine Kirche, was er so sehr liebt, schadet. Seine Liebe ist viel, viel größer als unsere. Amen. Nach all dem gesagt ist, möchte ich euch allen danken, wenn ihr es bisher geschafft habt, bitte like, teilen, kommentieren. Denkt daran, dass es sich bei diesem Thema keine Frage der Lösung handelt. Jeder hat seine Ansicht und das muss respektiert werden, ohne Streit oder Debatte. Es ist für mich persönlich einfach erstaunlich, dass ein das ist ein oder das ein das ist das das ist Vielen Dank.